Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um die Frage, was bedeutet Drip? Ja, als Jugendwort inzwischen sehr geläufig, vor allem aus Rap-Texten stammt. Fragst du dich vielleicht nun, was Drip bedeutet? Und das erkläre ich dir natürlich sehr gerne. Du kennst vielleicht solche Jugendbegriffe wie Fly und Swag, wo man so ein bisschen weiß, was gemeint ist, aber eine klare Definition eigentlich nicht vorhanden ist. Und genau so ist es beim Drip als Jugendwort auch schon wieder. Also Drip einfach übersetzt heißt Tropfen, also als Verb, aber das an sich ist hier natürlich nicht unbedingt gemeint. Drip heißt einfach ungefähr, also das ist das Typische. Du könntest auch sagen, jemand sieht fresh aus. Jemand drippt vor Swag. Das sind, dann wird meistens gesagt, dass jemand teure Markenklamotten trägt oder einfach fresh aussieht. Wobei gerade im Rap-Game ist ja das Thema Markenklamotten dafür viel Geld ausgeben ja ein sehr gängiges Thema. Es gibt immer unglaublich vieler Rap-Texte ja und da sagt man einfach auch Drip zu, richtig teure Markenklamotten zu tragen. Da kann auch schon Schmuck drunter zählen und genau einfach ein Jugend-Slangwort, was sich vor allem im Kontext mit Rap auffinden lässt. Ja, ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen. Danke für deine Aufmerksamkeit. Alles Gute. Ciao.